Shalom. Shalom, ihr Malakim, die ihr im Fleische seid und auf der Erde wandelt. Die Aufnahme, die ihr jetzt direkt vor euch seht, wurde gemacht am 16. Tag des 10. Monats des Jahres 2021, gemäß des gregorianischen Kalenders. Nun, wieder mal keine Drehgenehmigung und so muss ich wieder im Heimlichen diese Aufnahmen machen. Vor euch seht ihr den Namen des Schöpfers, des Himmels und der Erden, mit seinen Buchstaben von rechts nach links gelesen, Jod, He, Wa, He, auf einem Altar in der St. Nikolai-Kirche in Mölln. Es ist unglaublich schön gemacht. Ich glaube, dass die Aufnahme nicht wiedergibt, wie wunderbar sie den Namen hier auf dem Altar platziert haben. Viele Menschen werden sicherlich sagen, was kümmert es mich? Der Name ist nicht wichtig. Doch, ihr Lieben, er war immer wichtig. Denn ihr wisst genau, dass wer immer seinen Namen anruft, der soll gerettet werden. Und das ist der Beweis oder ein weiterer Beweis dafür, dass der Name extrem wichtig ist. Ihr seht also die Buchstaben Jod, He, Wa, He, ausgesprochen Jahuwah. Jahuwah. Und damit ihr es nie vergesst, denkt immer daran, dieser Name steht über allen anderen Namen auf Erden. Alles Liebe, alles Gute, seid gesegnet mit dem Manna, welches Jahuwah aus dem Himmel auf euch rieseln lässt am Ende der Zeit. Also, bis zum nächsten Mal. Shalom. Shalom. Untertitelung des ZDF, 2020